Herzlich Willkommen auf dem Build Your Life Channel. Heute geht es um das Thema Keywords und zwar die Keyword-Recherche. Wie findest du möglichst viele und die besten Keywords für dein Produkt, die du später dann hier im Seller Central eben bei den allgemeinen Schlüsselwörtern eintragen kannst, damit dein Produkt einfach auf Amazon möglichst gut gefunden wird. Das heißt, du bedienst damit dieses Amazon SEO, die Suchmaschinenoptimierung von Amazon, damit der Amazon-Algorithmus also weiß, zu welchen Begriffen er dein Produkt ranken soll. Außerdem brauchst du natürlich Keywords für deine PPC-Kampagnen, damit Amazon einfach weiß, unter welchen Suchbegriffen sie Anzeigen für dein Produkt schalten sollen. So, und dazu möchte ich dir heute ein kostenloses Tool vorstellen. Es gibt eine Menge Tools, die auch eine Menge Geld kosten, die sicherlich auch nicht schlecht sind und teilweise gute Fähigkeiten haben, aber ich bin seit Anfang an mit dem Keyword-Planner ausgekommen und das auch sehr gut. Ich habe mir auch schon mal eines der kostenpflichtigen Produkte angeschafft und das getestet, war damit aber gar nicht so zufrieden. Im Verhältnis zum Keyword-Planner fand ich wirklich, dass ich hier eigentlich fast mehr Informationen bekomme. Also, dazu googelst du entweder Keyword-Planner oder klickst auf den Link direkt oben in der Beschreibung. Höchstwahrscheinlich musst du dir ein Google-Konto dafür erstellen, damit du das Ganze nutzen kannst. Ansonsten ist das aber kostenfrei. Der Keyword-Planner ist das Tool, über das du auch später für dein Amazon-Produkt auf Google-Anzeigen schalten kannst. Das heißt, der Keyword-Planner ist wirklich die Plattform, auf der du Google Ads, Google Advertising machst. Und damit dir das möglichst gut gelingt, bietet dir Google einen möglichst umfangreichen Keyword-Planner, also ein Keyword-Recherche-Tool, mit dem du wirklich extrem viele andere Keywords herausfinden kannst und auch noch direkt Informationen zu diesen Keywords erhältst. Also, ich melde mich jetzt mal eben hier an und dann kommst du eben auf diese Seite hier. Natürlich kannst du jetzt direkt hier eine Kampagne erstellen, aber darum geht es in dem Video ja nicht, sondern ich möchte dir erstmal zeigen, wie du deine Keyword-Liste wirklich erweitern kannst, wie du noch neue, interessante Keywords finden kannst, die auch sehr gut zu deinem Produkt passen und an die du vielleicht noch nicht gedacht hast. Denn aus meiner Sicht ist immer das Keyword-Recherche-Tool so der letzte Schritt. Also, ich fange mal an, bei einer Keyword-Recherche erstmal nachzudenken. Okay, unter welchen Suchbegriffen würde ich vielleicht nach diesem Produkt suchen? Was würde ich da für Keywords benutzen? Dann kannst du natürlich ein bisschen bei der Konkurrenz gucken, aber du kannst auch natürlich mit einem Keyword-Planner anfangen und dir einfach eine Liste erstellen. Mach das auch wirklich, in der du dir Punkt für Punkt alle Keywords aufschreibst, damit du die dann später im Seller Central entweder direkt auf dein Produkt eintragen kannst oder eben für die PPC-Kampagne. Ich werde dir jetzt erstmal diese Funktionen zeigen. Die rechte Funktion brauchen wir eigentlich nicht. Das brauchst du dann später, wenn du die Anzeigen wirklich erstellen willst, auch auf Google. Hier, und jetzt gibt uns Google die Möglichkeit, eben ein Keyword oder mehrere Keyworder sogar einzugeben, zu denen es dann passende andere Suchbegriffe heraussucht, unter denen wir rein theoretisch, so der Sinn von Google, auch Anzeigen über die Google-Suche sozusagen schalten können. Wir denken uns jetzt mal eben kurz ein Produkt aus. Ich mache mal ein Karten-Etui, also ein Portemonnaie nur für Kreditkarten. Du kannst hier auch mehrteilige Keywords eingeben, jetzt noch andere Sachen dazuschreiben etc. Natürlich sollte das zu einem Produkt sein. Du könntest zum Beispiel jetzt Karten-Etui und noch Leder oder sowas dazuschreiben, je nachdem. Und jetzt könnten wir starten und dann spuckt uns das Recherche-Tool auch direkt die Liste aus. So, was sehen wir jetzt hier? Es zeigt uns erstmal das Keyword an, was wir hier eingegeben haben. Dann die Ideen, also das, was für uns jetzt in diesem Video das Allerinteressanteste ist, sozusagen weitere Keywords, unter denen man dieses Produkt suchen könnte oder unter denen eben andere Google-Nutzer auch nach ähnlichen Produkten gesucht haben. Dann sehen wir hier noch die durchschnittlichen Suchanfragen. Das heißt, wir sehen auch direkt, es gibt uns Informationen darüber, wie wichtig oder wie stark nachgefragt ist dieses Keyword. Das ist natürlich relativ ungenau. Das hat Google mit Absicht so gemacht. Später, wenn du eine Anzeige erstellt hast, kannst du das auch noch ein bisschen genauer einsehen. Aber an sich ist das trotzdem schon mal eine sehr gute Information. Denn wenn wir sehen, 1000 bis 10.000 Suchanfragen pro Monat, wissen wir, okay, dieses Keyword ist extrem viel gesucht. Du musst dir vorstellen, es sind jeden Tag 33 Suchanfragen über Google, nur zu genau diesem Keyword. Dann zeigt uns Google den Wettbewerb an. Das ist für dich jetzt auf Amazon nicht interessant. Aber es gibt auch schon einmal direkt Informationen zu den Klickpreisen. Das kann nämlich total interessant sein, wenn du jetzt mit den Keywords deine PPC-Kampagnen erstellen möchtest. Natürlich sind die Preise auf Amazon andere als auf Google. Eher würde ich davon ausgehen, in der Regel ist das nämlich so, dass die Preise auf Amazon pro Klick teurer sind, du aber auch eine höhere Conversion Rate hast. Das heißt, insgesamt pro Sale weniger Geld ausgeben musst. Denn natürlich, wenn auf Amazon jemand auf dein Produkt klickt, weil du eine Anzeige geschaltet hast, sieht er schon dein Produkt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ihm gefällt, liegt einfach höher in dem Fall. Also widmen wir uns aber den Ideen, die Google uns hier ausspuckt. Und das ist wirklich ein extremer Mehrwert. Du siehst jetzt, Kreditkarten-Etui zum Beispiel schlägt es uns vor. Visiten-Karten-Etui, Karten-Etui-Herren, Karten-Etui in einer anderen Schreibweise, Karten-Etui-Leder, Visiten-Karten-Etui-Leder. Also wirklich ganz, ganz viele Sachen. Oder zum Beispiel mit einer Geldklammer. Auch in der Produktrecherche kannst du sogar sowas benutzen, wo du einfach siehst, okay, wie viele Leute interessieren sich denn vielleicht, dass es zu diesem Karten-Etui auch noch eine Geldklammer gibt oder dass sie eben am Produkt befestigt ist. Oder aus welchem Material die meisten Leute ihr Produkt haben wollen. Aluminium, Metall, Leder, je nachdem. EC-Karten-Etui. Zum Beispiel, wenn du jetzt deine Keyword-Liste schreibst und vielleicht darüber nachdenkst, okay, welche Suchbegriffe würde ich verwenden, um das Produkt zu finden, dann denkst du an Kreditkarten-Etui. Andere Leute benutzen aber vielleicht EC-Karten-Etui. Okay, im Grunde genommen ist es das Gleiche, aber natürlich braucht Amazon diese Information. Und umso mehr Informationen Amazon hat, umso mehr Keyword-Er du Amazon zur Verfügung stellst, desto höher wird deine Sichtbarkeit auf Amazon und desto mehr Verkäufe wirst du auch generieren. Also, du kannst jetzt hier weiter durchscrollen. Im Grunde genommen kommt aber nicht mehr viel. Du kannst jetzt echt die ganzen Ideen hier runterschreiben. Und auch hier siehst du natürlich wieder, was ich auch mal sage mit den Longtail-Keywordern, dass die Klickpreise hier deutlich geringer sind. Zum Beispiel bei EC-Karten-Etui liegt das Ganze bei 82 Cent und bei unserem Nur-Karten-Etui bei 1,64. Also es ist 100% Unterschied. Dabei werden die Leute, die danach suchen, etwa die gleichen Absichten haben. Denn sie wollen beide so ein Produkt kaufen. Und beim einen bezahlst du eben die Hälfte für einen Klick, als wie beim anderen Keyword. Das heißt, das sind wirklich die interessantesten Keywords, die du hier heraussuchen kannst. Die wenig kosten, werden auch auf Amazon weniger kosten. Das bedeutet, diese Keywords sind potenziell mit am interessantesten. Zum Beispiel hier Kreditkarten-Etui-Leder kostet nur 67 Cent. Solche Keywords würde ich mir immer direkt unterstreichen in meiner Liste, vielleicht sogar da ran schreiben. Besonders günstiges Keyword und das auf jeden Fall auch in meine PPC-Kampagne mit aufnehmen. Denn diese Keywords sind eben die profitabelsten am Ende. Und mit denen wirst du auch am schnellsten am besten ranken können, weil es da eben die wenigste Konkurrenz gibt. Viele Leute also nicht daran denken. Der Google Keyword Planner gibt dir also wirklich eine super Übersicht über die ganzen Keyword-Ideen, die es zu deinem Produkt eben noch geben könnte. Und aus Erfahrung kann ich wirklich sagen, dass wenn du so eine Liste erstellt hast, schon mit Sachen, an die du gedacht hast, etc. kannst du hier bestimmt nochmal 10, 20, 30% mehr Keywords finden. Und dadurch, dass du hier eben sehen kannst, direkt wie teuer das Ganze wäre, um auf Google eine Anzeige zu schalten, kannst du natürlich auch Rückschlüsse ziehen auf Amazon und dementsprechend bewerten, okay, wie wertvoll wird dieses Keyword. Außerdem kannst du natürlich hier sehen, wie viele Leute suchen danach, wie breit, wie stark ist dieses Keyword und wie wichtig ist dieses Keyword für deinen Erfolg. Aber auch hier sage ich dir, nimm dir lieber 10 Keywords von den 100 bis 1000 an für deine PPC-Kampagne, als eine von 1000 bis 10.000, wenn du da eben das Doppelte oder sogar Dreifache an Keyword-Gebühren zahlst. Denn da sind die CPC-Kosten einfach extrem viel höher. Du kannst also viel Geld sparen, wenn du wirklich dich dafür entscheidest, lieber hier mehrere von diesen Longtail-Keywords zu benutzen, anstatt nur die Hauptkeywords. Für die Keywords, die du im Seller Central in dein Produkt einträgst, ins Listing, ist das natürlich egal, ob du jetzt für eine PPC-Anzeige rein theoretisch 1,60 Euro oder 1,80 Euro oder 10 Cent bezahlen würdest. Da solltest du natürlich nach Stärke und Suchvolumen auch gehen, aber eben diese interessanten Wörter dazuschreiben. Also zum Beispiel hier wie Leder, EC-Karte, Kreditkarte, Karten-Ethui, Metall, vielleicht je nachdem aus welchem Material natürlich dein Produkt ist. Je nachdem wirklich, was dein Produkt ist, was es bietet, dazu die besten Keywords raussuchen. Und im Amazon Seller Central ist es ja so, dass du immer nur ein Wort Begriffe einfügst und wirklich viele verschiedene Begriffe raussuchen, dass du eben, wie gesagt, eine große Sichtbarkeit bekommst. Denn das ist letztendlich das Ziel von Keywordern, dass Kunden dich unter möglichst vielen Keywordern, die natürlich auch für dein Produkt relevant sein müssen. Du solltest jetzt also nicht, wenn du zum Beispiel ein Portemonnaie aus Leder verkaufst, natürlich Metall oder so eingeben in dein Listing, denn das Ganze wird dazu führen, dass du für Metall relativ wenig Klicks bekommst und Amazon straft dich dann dafür ab. Außerdem, wenn du später Werbung schaltest und eben bei einer Suchanfrage, wo Metall mit drin steht, angezeigt wirst, dann ist das im Grunde genommen verschwendetes Geld, weil wenn jemand explizit nach Leder sucht oder eben nach Metall und du kannst das Ganze aber nicht anbieten, sondern hast es jeweils andere, dann kauft er natürlich nicht dein Produkt. Außerdem solltest du noch wissen, falls du es noch nicht weißt, dass du hier im Amazon Seller Central bei den allgemeinen Schlüsselwörtern immer nur ein Wort Begriff hast. Also du würdest jetzt zum Beispiel eingeben Kartenetui. Dann kannst du noch eingeben Etui, Leder, Metall, je nachdem was du hast, RFID, EC-Karte, Kreditkarte. Das sind die Schlagwörter, die du hier einträgst. Das sind keine Longtail-Keywords, sondern hier gibst du wirklich nur einzelne Wörter, einzelne Begriffe ein. Später bei den PPC-Kampagnen, da brauchst du dann die Longtail-Keywords. Wie du das aber genau machst, PPC-Kampagnen etc., werde ich dir in einem weiteren Video erklären. Abonniere deshalb unbedingt den Kanal, damit du das nicht verpasst. Mein E-Book kommt auch jetzt in etwa zwei Wochen raus. Also dann gibt es nochmal einen richtigen Schub von Infos rund ums Thema Amazon FBA. Verpasst das Ganze also nicht, damit du wirklich 2019 erfolgreich auf Amazon durchstarten kannst. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.